servus freunde mr kader wieder start zusammen mit smoky zu wahrheit oder wäscheklammer fangen wir legen los bin ich gespannt was nervt dich am meisten an mir deine hibbeligkeit dass du ständig immer hin und her so welchen anmachspruch hast du schon gebracht ja öffentlich habe ich noch keinen gebracht ich bin noch nie zu einer person hingegangen und habe das gemacht beim live streamer habe ich immer so den anmachspruch gemacht ich habe in mein bett geschissen darf ich bei dir schlafen er hat gezogen das muss ich dazu sagen er hat gezogen ich habe von oft genug gehört ja klar solange du nicht in mein bett schaust wie alt war die der älteste mit ihm du was hattest das tut weh das tut auch weh wenn du möchtest wie der herr ist nicht beantworten nein das tut alles weh aua da tut es nicht ganz so weh oder auch doch ich bin dran ach ich habe das mit der haut und meinem bartharm mit wie vielen menschen hast du schon geknutscht das wird es echt nicht beantworten ich müsste nachzählen und ich weiß ja nein tu einfach die klammer ins gesicht oder irgendwo was weiß ich aua 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 ne das tut weh tut es echt damit aus wobei ich weh ja oh mein gott okay du bist dann es tut weh nein ich muss umändern okay da tut es nicht ganz so weh welches körper dann machst du gar nicht an dir tatsächlich in meinem bauch ja tatsächlich in meinem bauch ach das tut weh aber so ich bin dran ne ja oh diese fragen ey ach da tut es nicht weh was ist das letzte nachdem du gegoogelt hast ja ich weiß es nicht warte mal please hold the light ich weiß es wirklich nicht dann klammer das ist super ich probiere es auf der anderen Seite Vampire Diaries für Arme du bist dran mach mal hinten das tut voll weh ich weiß ich habe zwei für welches produkt würdest du dich eine Stunde lang anstellen au ja boah keine Ahnung ey ganz ehrlich keine Ahnung erstellklammer aua meine Lippen werden langsam tauchen ja deswegen mach ich das ja mach weiter achso ich bin drin das sind sechs Fragen ja sechs Fragen sind ne der war gut ne was glaubst du welchen tier siehst du ähnlich ein Affen ein Affen ein Affen ein Affen wie dein erster kuss auflief das hält nicht an der unterlippe tut sich so ganz so wie wir oben also ich bin dann wie wie hast du für den wie hast du für deinen ersten kuss gibt nein das sage ich nicht aber wir haben keine wäscheklombe mehr dann kriegst du einfach meine super so vorletzte vorletzte frage so letzte frage was ist deine größte unsicherheit strich strich angst die verlustung so das war es wieder von uns so ein kleines wahrheit oder wäscheklammer spiel wir sehen uns zum nächsten video macht es gut und bis dann peace out